Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für leichte Nougat-Schokoladen-Mousse. Diese Version kann auch als Tortenfüllung verwendet werden. Für vier Personen werden folgende Zutaten benötigt. 0,35 Liter süße Sahne, 50 Gramm schwarze Schokolade, 50 Gramm Nougat, Packung Vanillezucker, 25 Gramm Zucker. Folgende Utensilien werden benötigt. Topf, Küchengerät mit Mixaufsatz oder 1 Mixer, Schüssel. Zubereitung Die Sahne erhitzen, nicht kochen, Zucker, Nougat, Vanillezucker und die Schokolade darin auflösen lassen. Über Nacht in den Eisschrank stellen. Tags darauf die Masse wie Schlagsahne aufschlagen. Als Beilagen eignen sich Kaffee Diese Varianten gibt es. Weitere leckere Rezepte rund um eine Mousse au Schokolade. Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit! Zubereitung 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 Zubereitung